Hallo Leute, ich bin der Midnapp Bernardi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Explode Heaven Gold. Hier handelt es sich um eine 42 Schuss Fächerbatterie. Effekthöhe sind ungefähr 30 Meter, Kaliber 25 Millimeter, NEM sind wir bei 433 Gramm und die Brenndauer ist mit ca. 16 Sekunden angegeben. Wie sie mir gefällt, werde ich euch wie immer am Ende des Videos erzählen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Kommen wir zum Fazit. Ja, ich fand die Batterie war grundlegend schön anzusehen. Was man auf dem Video leider nicht so gut erkennen konnte, war der blaue Feuertopf. Der wirklich fadentensiv und schön anzusehen war. Ansonsten die Normalzerleger waren wirklich gut. Die Fächerreihen haben ein hümmelfüllendes Bild ergeben. Auch wenn die Standzeit nicht so optimal war, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht für den Preis. Ansonsten die Schlussfolge war sehr rasant. Für 30 Euro im Onlinehandel kriegt man natürlich noch Frühbesteller-Rabatt. Das beachtet, würde ich sagen, ist der Preis noch in Ordnung. Ansonsten für, ich sag mal, netto 30 Euro wäre mir die Batterie vielleicht ein bisschen viel. Da habe ich von erstmal Konkurrenzprodukten doch schon, ja, ähnliches beziehungsweise gleiches für ein bisschen besseren Preis. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.